Modelltest 4 – Hören Teil 1 Sie hören fünf Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Ich interessiere mich für eine Mitarbeit im deutsch-ausländischen Freundschaftsverein. Ich war letztes Wochenende auf Ihrem Stadtteilfest und ich finde, das sollte man regelmäßig organisieren. Was muss ich machen, um Mitglied in Ihrem Verein zu werden? Kommen Sie einfach die nächsten Tage bei uns vorbei. Dann können wir Ihnen alle unsere Projekte vorstellen, uns kennenlernen. Und Sie können das Anmeldeformular unterschreiben. Wir können Ihnen aber vorher schon eine Broschüre zur Arbeit unseres Vereins zuschicken. Oder Sie kommen heute Nachmittag, wenn Sie Zeit haben. Die Projektgruppe Feste trifft sich um 14 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Gefällt dir das neue Stadtmuseum? Der Umbau hat ja ziemlich lange gedauert. Ja, ich war am Samstag bei der Eröffnungsfeier. Ich finde, das lange Warten auf die neue Eröffnung hat sich gelohnt. Wie das Museum wirkt, wenn man davor steht, ist Geschmackssache. Ich persönlich finde, dass es zu viele Dekorationen und Ornamente gibt. Das ist mir zu überladen. Auch Themen, die leicht etwas langweilig und trocken sind, wie Geschichte und Jahreszahlen, sollen somit Leben gefüllt werden. Multimedial gibt es viele Ausflüge in die Vergangenheit. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Hallo Elona, wie war deine Woche? Ach, nicht so toll. Ein Gast hat sich wieder einmal über das Frühstück bei uns im Hotel beschwert. Es ging nicht um die Qualität, sondern mal wieder um den Preis für das Frühstücksbuffet. Klar, 16 Euro sind viel Geld, aber bei der Anmeldung sage ich immer, dass niemand ein Buffet bestellen muss. Wir können auch à la carte abrechnen. Man muss dann nur zahlen, was man konsumiert hat. Irgendwie verstehen die Gäste das manchmal nicht, weil es diese Möglichkeit in vielen Hotels ja gar nicht gibt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Die Bundesregierung plant neue Regelungen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. So soll Telefonieren mit dem Handy am Steuer richtig teuer werden. Die bisherige Höhe der Bußgelder halten viele Autofahrer immer noch nicht davon ab, während der Fahrt zu telefonieren. Bußgelder von weit über 100 Euro sind geplant. Auch für Fahrradfahrer gilt, wer beim Radfahren mit dem Handy am Ohr oder in der Hand telefoniert, muss mit einem höheren Bußgeld als in der Vergangenheit rechnen, auch wenn dieses niedriger ausfallen wird als bei Autofahrern. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Hallo Erik, alles klar? Ach, ich bin voll im Stress. Ich habe bald mein erstes Staatsexamen und bin schon einmal durchgefallen. Gut, ich kann es insgesamt dreimal versuchen, aber ich will es jetzt beim zweiten Mal schaffen. Und bereust du, dass du dich für Jura entschieden hast? Nein, eigentlich nicht. Wenn ich mal fertig bin, habe ich sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht gehe ich in eine Kanzlei. Hm, das könnte ich mir vorstellen. Aber abwarten. Es gibt ja noch ein zweites, nicht einfaches Staatsexamen. Und alles wird ja noch einige Zeit dauern. Jetzt erst einmal das erste bestehen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Wirst du im Urlaub viel lesen? Ja, ich muss Bücher für meine Prüfung lesen, nehme aber auch Romane mit. Bücher, die mir sehr gut gefallen. Die Bücher für die Prüfung nehme ich als E-Books mit. Ich finde, E-Book-Reader sind praktisch, weil man nicht mehr so viele Bücher mit sich herumschleppen muss. Aber Bücher, die ich wirklich gerne lese, Romane und Kurzgeschichten, habe ich gern als Bücher in der Hand. Ich liebe es, sie anzufassen, die Seiten umzublättern. Und es ist auch besser für die Augen. Ende Teil 1 Desweitens. Desweitens. Desweitens.